Ja, servus. Ich bin mal wieder jetzt auf Tour ab kommenden Mittwoch mit meinem Programm Jäger des verlorenen Satzes, ein Programm für Wortgeschrittene. Da spiele ich das erste Mal jetzt mal seit langer Zeit mal wieder im Nahen Osten, freue mich schon drauf. Also Leipzig, Potsdam, Neuruppin, Bad Saarow und Brandenburg an der Havel. Schaut vorbei, freue mich und das wird wieder eine spannende Begegnung. Ich und die Ossis. Ich und die Ossis.